Ludwig Philipp, Graf von Bompellis, war ein österreichischer Diplomat. Leben und Wirken Der aus einer ursprünglich portugiesisch-französischen Adelsfamilie stammende Graf Ludwig Philipp von Bompellis wurde am 1. Juli 1780 als Sohn des Generals, Diplomaten und späteren Bischof von Aminsmar, Marie Marquise de Bompellis und der Prinzessin Angelique de Macau in Regensburg geboren. Er stand erst in österreichischem, dann in neapolitanischem Militärdienst. Durch die Revolution aus Neapel vertrieben, stellte man ihn in Wien bei der geheimen Staatskanzlei ein. Danach teilte man ihn der österreichischen Gesandtschaft in Berlin unter Metternich zu. Dort war er derjenige, der als besonderer Augenzeuge die öffentliche Erschütterung über den Tod der Königin Luise von Preußen in seinen Berichten betonte. Später zum Geschäftsträger am Berliner Hof Fernand folgte er 1813 dem König Friedrich Wilhelm III. nach Breslau und erhielt dann eine Mission nach Kopenhagen, um den König Friedrich VI. von Dänemark vom Bündnis mit Napoleon Bonaparte abzuziehen. Nach dem ersten Pariser Frieden wurde österreichischer Gesandter in Kopenhagen, wo er sich 1816 mit Ida Brunn, einer Tochter der Schriftstellerin Friederike Brunn, vermehlte, dann in Dresden. Wo sein Haus durch musikalische und dramatische Unterhaltungen der Mittelpunkt der vornehmen Gesellschaft wurde. Dem Kongress in Karlsbad wohnte er 1819 als bevollmächtigter Österreichs bei und folgte mit rücksichtsloser Strenge den von Wien erhaltenen Instruktionen. Von Dresden als österreichischer Gesandter nach Neapel versetzt, wurde er durch die dort ausbrechende Revolution gehindert. Seinen Posten anzutreten, nachdem er hierauf als Gesandter an den Höfen zu Florenz, Modena und Luca am Turiner Hof und ab 1832 in Bern fungierte. Als dortiger österreichische Gesandter und bevollmächtigter Minister bei der Eidgenossenschaft vertrat er als vertrauter Metternichs sowie Anhänger der Restaurationspolitik eine extreme Gegenposition zu allen liberalen Tendenzen. Dabei ging seine Politik Hand in Hand mit dem päpstlichen Nunzius und befürwortete eine Politik der starken Hand, die auch eine militärische Intervention Österreichs in der Schweiz nicht ausschloss. Am 7. Juli 1843 verstarb Ludwig Philipp von Bompellis in Wien. Sein Bruder Heinrich Franz von Bompellis war ebenfalls Diplomat und außerdem Erzieher der Enkelkinder des Kaisers Franz II. Insbesondere des späteren Kaisers Franz Josef I., Charles-René de Bompellis, sein anderer Bruder, war Obersthofmeister und Minister am Hof von Parma und der dritte Ehemann der Marie-Luise von Österreich. Untertitelung des ZDF, 2020